Steht man allein im Leben, hat man's oft nicht leicht, weil alleine eben die Kraft nicht reicht, weil ein Mensch nicht alles stemmen kann, ganz egal ob ne Frau, egal ob n Mann. Drum ist es gut zu wissen, dass da jemand ist, der gern hilft, der einen nicht vergisst, den man rufen kann und dann ist er hier. Und dafür danke ich dir. Danke. Hallo liebe Firma Schuppert, jetzt können wir unser Trampolin umbauen. Wir hüpfen nämlich sehr gerne und danke schön. Liebe Firma Schuppert, die Kinder haben es zum Ausdruck gebracht. Wir sind sehr dankbar. Wir sind stolz und dankbar, dass wir Firma Schuppert an unserer Seite haben. Ein herzliches Dankeschön und eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit. Einer Philippe Musik 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 Musik